Das Problem ist, ich, ähm, kann ich hier rüber? Ja, kann ich. Okay. Jetzt kommt wieder einer. Okay, ich sollte vielleicht erst mal loslassen. Ähm. Das war knapp. Äußerst. So, wie war das denn jetzt damit? Was muss ich da machen? Ah, reindrücken. Okay. Was passiert da jetzt? Ähm. Ja, den Nächsten, bitte. Äußerst. Na? Wenn man in die falsche Richtung zielt, ist so blöd. Ha! Wie komme ich denn da hoch? Interessante Frage. Nächste Frage. Ey, 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 ey. Das ist hier wieder... Das ist mal Action. Na, komm schon. Wenn diese blöden Frostriesen nicht wären. Die sind ein bisschen anstrengend. Da ist auch noch einer. Dass die mir jetzt erst mal nicht zu nahe kommen. Wäre schön. Muss ich als nächstes hin? Kann ich hier irgendwo... hoch? Ich muss hier weiter lang. Oder? Nein! Ich wollte springen. Nein. Nein. Es ist gerade so gut gelaufen. Das ist doch jetzt nicht wahr. Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Nee. Nee, 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 nee. Das ist aber gemein. Das ist echt gemein. Ich bin sauer. Gar nicht, bitte, das erst... Ach, habe ich das jetzt schon... Das habe ich schon drinnen. Genau, das kann ich wieder gehen. Nein, und schon wieder. Das war jetzt gerade so eilig. Verdammt. Boah, das sieht aus, wie die da so runterrutscht. Ja. Ist halt nun mal so. Kann man nichts machen. Ah! Jetzt fang ich hier schon an. Himmel noch eins. Jetzt ziele ich mal richtig beim Springen. Oh, Mensch, ich bin so weit gekommen. Und jetzt ist das dann wieder hier alles. Warum gibt es da keinen Speicherpunkt? Hallo? 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 Da ist der andere. Da ist der andere. Ich wollte gerade fragen, wo sind die anderen? Nein, 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 nein. Nicht wieder. Nein, 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 nein. Gebt mir eine Chance. Lade ich wahr. Bitte. Wäre zu schön. Ich möchte mal weiterkommen. Super. Das haben wir jetzt auch. Okay. Das sieht nach einer längeren Aufgabe aus irgendwie. Oh, da ist wieder so ein Viech. Wo ist... Hä? Hä? Auch da. Oh, shit. Ja, ja, ja. Okay. Ah! Jetzt schießt ihr auch noch auf mich. Nein, und ich springe natürlich daneben. In lauter. Das ist... Das ist... Nee, nee, nee. Das ist nichts für mich. Das ist ja Stress. Das ist ja totaler Stress. Jetzt bin ich falsch ausgerüstet. Das artet schon wieder alles in Stress aus. Vor allem, wenn die auf mich... Schießen tut. Die Dumme. Hallo, kannst du das vielleicht mal lassen? Wo ist die denn? Mann, oh Mann. Die kann ich aber nicht analysieren, oder? Da muss ich einfach nur... Aufpassen! So wie jetzt gerade zum Beispiel. Ich es nicht gemacht habe. Ähm. Wieso? Ich dachte, ich hatte da ein Ding gehabt. Hä? Das war jetzt nicht nett. Okay. Meine Güte. Wo ist denn da einer? Nur der da hinten? Ähm. Naja, egal. Ich muss jetzt da lang. So. Ich will das jetzt noch schon ein bisschen hinkriegen. Weil ich ja eigentlich mal irgendwann die Folge auf Benz muss. Alter, das sind mir jetzt ein paar zu viele. Hier geht mir jetzt gerade tierisch auf den Senkel, Leute. Jetzt bin ich aber im Kreis gelaufen. Au! Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt hin muss. Verdammt. Hä? Scheiße. Scheiße. Wo muss ich denn hin? Na klar, du bist echt so eine blöde Kuh. Muss ich wieder da drunter? Nee. Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du schießt auf mich. Dumme. Ehrlich. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da ist doch irgendwas. Ich gehe jetzt da noch mal rüber. Scheiße drauf. Äh, das war mal... Nö, 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 nö. Ja, so ein Kack. Das ist jetzt aber Schmarrn. Das war ein Fehler im Spiel. Nö, das tut ihr mir jetzt nicht an, oder? Also, ähm, ich würde mal sagen, ich spiele jetzt hier einfach noch ein Stück weiter und schneide einfach dann die Folge in zwei Hälften, weil hier ist mir gerade nicht wirklich möglich, gut zu schneiden. Also, hoppala. Ähm. Zumindest nicht so, dass es irgendwie Sinn macht. Da kann ich ja gar nicht hin. Hä? Ich check das gerade nicht. Ähm. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich noch überall hinspringen muss. Muss ich da hinten hin, oder? Es kommen aber so viele. Mann, der ist auch noch nicht platt. Uff. Mädel. Mach mich nicht schwach. Ja, da kann ich nicht. Und jetzt? Okay. Hat ich hier um die Ecke rum? Ah. Alles klar. Ähm, ja. Habe ich doch noch ein Weg gefunden. Mehr oder weniger. Aber wo jetzt lang? Und da? Nee, muss ich doch nach oben, ne? Nee, da geht's nicht. Okay. Und dann da rüber. Mädel, 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 Mädel. Nein, 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 nein. Äh. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Ähm. Ich dachte, da kann man hinspringen. Die kommen hoch. Oh. Warum kommen die denn jetzt hoch? Drecksviecher. Ähm. Ich mach mal hier alles kaputt. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, wie ich springen soll, dass ich nicht wieder im Leeren lande. Das ist... Danke. Ich bin sehr erfreut. Boah. Ich komm jetzt trotzdem nicht weiter. Ich muss jetzt doch auf die Dinger dann da hoch, ne? Äh. Es sonnert alles. Ah! Nattler ist schon wieder da. Diese dumme Kuh, ehrlich. Okay. Da nehmen wir eins auseinander. Oder was auch immer wir damit machen. So, jetzt ist das Problem, ich muss ja zu den anderen auch noch hin. Und die schießt sich ja gerade da ein, wie wild. Ähm. Wo ist denn das andere? Auf der anderen Seite gegenüber, oder? Kann ich auf so ein Ding springen? Bringt mir das was? Ich probier's jetzt einfach mal. Aber auf welches war das? Wohin? Wusste ich. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz gecheckt. Ach, ich muss da ganz hoch. Ähm. Komm, zieh dich da hin. Nein! Du schaffst das. Bleib oben. Und wo kann ich? Bin ich jetzt überhaupt hier richtig? Mann. Dann muss ich noch eins hochsprengen. Ich muss an so einem hochsprengen. Sag mal. Äh, nee. Ähm. Tja. Jetzt weise ich nicht mehr weiter. Kann ich da drauf? Bringt mir das was? Super. Jetzt stehe ich da. Ich habe keinen blassen Dunst, wie ich weiterkomme. Okay, ich habe das X da. Genau. Moment. Ich habe das X da. Bringt mir das X was? Also dieser Haken. Weil ich muss ja da hin eigentlich, ne? Ähm. Da ist es zum einen Haken. Aber das ist ja Quatsch. Ah. Ich weiß es nicht. Verdammt. Nee, das war es nicht. So. Und da ich... Jetzt bin ich gespannt, wo ich wieder rauskomme. Ich weiß es jetzt gar nicht. Okay. Also wieder hier, wo sie ihren... ...Anfall gerade kriegt. Ach, jetzt ist sie von da hin. Das ist aber... Äh, da war die vorher nicht. Ist aber nicht nett. Ähm. Da sollte ich mich vielleicht verdünnisieren. Okay. Nichtsdestotrotz... Hoppsa. Ja, genau. Das bringt jetzt nichts. Ich würde mal sagen, ich beende jetzt die Folge. Wie gesagt, zerschnitten werden muss sowieso. Also, ich bedanke mich fürs Zugucken und sage Tschüss.